Kyria, Kyria, Helde, Ison. Kyria, Kyria, Helde, Ison. Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Du hast im Gefängnis gesessen, Jesus, und wir haben dich nicht besucht, sagst du. Uff, ja, da sind viele, die heftig leiden, die abgeschnitten sind. Heute verbinden wir uns mit ihnen, mit Gefangenen in der Jugendstrafanstalt Arnstadt, in den Justizvollzugsanstalten Burg Madl, Suhl-Goldlauter, Halle, in Hohenleuben und in Tonner, in der Jugendanstalt Rassnitz, in den Justizvollzugsanstalten Torgau unter Maasfeld und Volkstädt. Danke, dass von uns Seelsorgerinnen und Seelsorger vor Ort sind. Segne sie und behüte sie. Gib ihnen die richtigen Worte und gute Gesten, dass sie leiten können in deine Freiheit. Amen. Dona nobis passen in terra, Dona nobis passen domine, Dona nobis passen in terra, Dona nobis passen domine, Dona nobis passen domine, Dona nobis passen domine,